So, dann bin ich wieder. Da bin ich ja verreckt. Stimmt. Das Moor hat er komischerweise vor... ...Vertal gehabt. Ja, mit dem Faustschlag hat's niedergemacht, ey. Oh, ich steh mir eh wieder kurz vor dem Level ab. Könnt ihr den? Ist doch nicht geil, aber, ey. Stimmt. Ah, da geht irgendwie was. Er hat Ruhe. Kurz vom Level ab, das ist auch gut. Ich hab ne Idee. Ich mag mal Rüstung holen. Dann mag ich mal da oben über die Brücke gehen und schauen, was da ist. Ah, das ist schwarz, weil die Kimi hat Blut nur. Ich steh jetzt goldig. Richtig, ich hab Blut nur vor uns gelesen. ... 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 Shet ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich krieg einstelst ein Kälteschaden hinzu. Und du? Gut, ja, kann man schon bitte lassen. Aber jetzt pass mal an die Obacht. Ist dir voll? Zwanzig. Zähne. Ich tu erst einmal die da weg. Den tun wir weg. So, und jetzt gehen wir nochmal über das Verkaffer. Danke. Guten Tag. Handeln. Verkaffer, verkaffer, verkaffer. Ach nee, oder? Den wollten wir behalten. Gut. Jetzt. Wir können wieder haben. Und Kröte. So, oder? Jetzt. Vielleicht die Kuh. Jetzt schauen wir mal, ob wir unsere Gegenstände wieder auf ihn gehen, ne? Oder ob die jetzt wirklich erst einmal verloren sind. the. Oder ob die das wirklich einen mit dem sein sind da gehen wir jetzt erst einmal nie Ich will wissen, ob ich sieben, hier mal ein paar Linksland Gold. Ich will sieben, hier sind die Karten. Ich will sieben, hier sind die Karten. Und Gek. Gut. Funktioniert nicht so wie ich gedacht. Muss stärker werden. Aber das war es jetzt ein erster Mal für heute. Ich mache jetzt Hapa Hapa. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wenn ihr nichts zu tun habt, könnt ihr ja in knapp 3 Viertelstunde beim Gekelonimus vorbeischauen. Der spürt halt Dark Souls glaube ich. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Ich glaube ihr hattet Spaß und vielleicht bis zum nächsten Mal. Das wäre morgen zu Star Wars Nights of the Old Republic um 20 Uhr. Oder Mittwoch die Elder Scrolls Online um 20 Uhr. Freitag Dead Island. Ich hoffe, dass wir diesmal bei Dead Island am Freitag auch weiterkommen. Also, schönen Abend noch. Und, äh... Genial. Hoppideri!